Game Keys und Game Cards MMOGA Dein Gaming-Spezialist Mit Kampfpreisen Nicht abschießen Nein, 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 nein! Zu spät glaube ich, oder? Ja anscheinend Gut Die Helis werden gerade zermetzelt, bis zum geht nicht mehr Er lenkt mich heute am Arsch. Das kann doch nicht sein. Wo war hier ein Auto? Da. So, her mit dem Auto und tschüss. So, versuchen wir es mal mit dem Fahrzeug da hin zu kommen. Einfach wird es so oder so nicht, dann kann man... Wow, da war eine Ziege. Wir hätten fast eine Ziege plattgefahren. Hier steht ein fucking Panzer. Perfekt. Scheiße, der ist da oben. Was ist denn jetzt los mittlerweile? Warum verrecken wir direkt? Komisch, oder? Rico, ich brauche diesen Scanner, amigo. Wer das Barbarium kontrolliert, kontrolliert ganz Medici. Und mit diesem Scanner könnte ich die Agency... Ich vertraue diesem Typen nicht. Mal sehen, was ich tun kann, Sheldon. Nichts werden wir für ihn tun können. Du wurdest entdeckt. Soldaten nähern sich, Rico. Ich kümmere mich um sie. Ich kümmere mich um sie. Leck mich am Arsch, Leute. Das gibt es doch gar nicht. Das ist doch nicht normal. Das kann nicht normal sein. okay. Hopp. Deema? Du musst den Scanner auf ein großes Gitter in der Anlage von Chimaleon legen. Das Gerät misst Spuren von raffiniertem Barbarium. Okay, also auch wieder nicht geschafft, sehr schön Ich wollte eigentlich mit dem Heli wieder hin, aber Ich glaube, die Heli-Geschichte hat sich erledigt Komm schon, sehr gut Ach du Scheiße Aber wirklich, hey Ist ja nicht mehr schön Man kann irgendetwas explodieren, implodieren Ja, und da haben wir es nämlich Schon wieder Muss ja nicht sein, oder? Verdammte Kackehänge Okay, ich bin da Gut, platziere den Scanner am Gitter neben dem Raketensilo Wenn er raffiniertes Bavarium entdeckt, hat die Ravello möglicherweise ein Bavarium-Gefechtskopf Sehr gefährlich So, jetzt fahrts Drang Zack Puh, geschafft Oh Oh Ich glaube, das war nicht so effektiv, oder? Oder war das jetzt der Erfolg Auf den wir gehofft haben? Ich weiß es gerade noch nicht Ich weiß schon, was ich mit dem kaputten Scanner mache Ich habe den Scanner-Schaltung Wo bist du? Gute Arbeit, Rico Ich wusste, auf dich ist Verlass Ha Treffen wir uns im Café Francesco Da gibt's leckere Kuchen Oh, Junge Sprachmotorrad Los geht's Entschuldigung Passiert, würde ich sagen, ne? Ist ja keine Absicht So, ein bisschen Cruisen hier So Unserer Kaboom Boah Okay Ach, da ganz hinten schießt der drauf Auch nicht schlecht Oh Was ist das? Hm, okay Na gut Hauptsache, wir haben schon mal die Luftunterstützung Die wir hier wahrscheinlich gut benötigen können Oh Baum So, Moment So Wingsuit Röhrchen Und Ranziehen Das sieht doch geil aus Wahnsinn Ich finde das Spiel von der Grafik wirklich bombastisch So Oh Über die Bäume drüber Sonst wird's wieder kritisch Oh 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 Hopp 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 Ich würde sagen, die Stadt nehmen wir nur ein Hum Entschuldigung Falls da irgendwie Ich bin Sebastiano Di Ravello Ich breche Wer hier eindeutig Nix mehr zu Kamellen hat Und Feuer Boom Würde ich sagen Sehr gut So So Oh, das tat weh Jetzt müssen wir noch die ganzen Propaganda Dinger finden Um Zack, wunderbar. Bumm, würde ich sagen. Hatte funktioniert, sehr gut. Jetzt müssen wir mal gucken, ob da noch irgendwo Plakate sind oder so. Okay, die Plakate haben jetzt nichts mit der Revolution zu tun. Lassen wir stehen. Da vorne ist mal eins. Haben wir, sehr gut. Achtung. So. Wieder hoch hier. Lautsprecher haben wir erfüllt. So, es fehlt noch bestimmt ein Plakat. Da vorne ist das letzte Plakat, glaube ich. Genau. Sonst sehe ich auch nichts gerade aktuell. Was noch zerstört werden könnte. Das war ein Treffer, würde ich sagen. Bumm. 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 So, den Platz nochmal schön verwüstet. Aber gerade aktuell sehe ich nicht, wo noch was sein sollte. Das ist ein scheiß Panzer. Warum kommt denn jetzt hier vor allem ein Panzer? Übertrieben. Noch zu feige, um auszusteigen. Guckt euch das an. Feige, um auszusteigen. Aber was soll jetzt noch sein? Moment. Jetzt sehen wir das irgendwie. Den haben wir. Den haben wir. So. Jetzt frage ich mich aber gerade, wo der verdammte Kommandant ist. Ja, der fehlt ja noch, oder? Bin ich falsch. Und da muss ich leider sagen, Tschüssikowski Leute, macht's gut, meine Tochter wird wach und Family geht nun mal vor. Macht's gut Leute und Tschüssikowski.